moin moin und willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einer weiteren folge tunic und wir haben in der letzten folge beziehungsweise wollten wir eigentlich von den nächsten diamanten sammeln die wir hier oben haben den grünen oder blauen ich glaube es wäre der grüne gewesen der längst schon gestohlen war so jetzt müssen wir glaube ich den dieb finden das passiert mich hier rein guck also ich glaube wir müssen diese stromquellen anmachen links und rechts seht ihr das da fehlen noch ein paar die müssen wir anmachen das machen wir jetzt einfach mal also das wäre das einzige was ich jetzt weiß gerade kann ich durch doch schon echt harte schläge bekommen so hier ist die statue und ich glaube da fehlen der links rechts die stromdinger noch die müssen die anmachen wie auch immer aber ich glaube die müssen angemacht werden da in diese richtung sie kommen darüber ist die frage wie kommt man da hin na gut wir müssen erstmal runter wieder ok wird sich schon irgendwie fügen schauen wir mal hier auf jeden fall irgendwie hier gehts einfach rüber ne können wir rüber ja gehen wir mal rüber äh ne da ran ah guck mal oh kann man sogar ranholen damit wie cool ist das denn das ist natürlich cool dafür ist das ding natürlich optimal so dass wir gucken ob wir hier irgendwo die strom ansteigen können jetzt gehen wir schon mal hoch ja geht bitte Weg hier. Oh Mist. So, nochmal das Ganze machen. Da haben bestimmt viele Gegner noch im Weg. Klappt natürlich nicht. Okay. Jetzt fließt auch Strom in diese Richtung. Genau. Da seht ihr das? Obwohl, das ist kaputt. Natürlich schlecht. Das soll so wahrscheinlich gar nicht, aber... Mal gucken. Die Bomben sind ganz cool eigentlich von denen. Was ist hier jetzt immer links? Okay. Mir war nichts. Stammrücken laufen. Ist nicht so viel. Okay. Gehen wir hier weiter etwa? Gucken wir mal hier. Mal gucken bei der Truhe. Okay. Okay. So. Ah, hier können wir schon mal eine Abkürzung aufmachen, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob es eine Abkürzung ist, aber können wir da was aufmachen. Okay, da können wir nicht links. Hier bringt mir das auch nichts. Es fließt jetzt Strom von hier unten dahin, aber immer noch nicht von da, ne? Ich bin irgendwie noch nicht ganz richtig hier. Also, ne, okay, da geht's noch nicht links. Hä? Okay. Wir werden schon einen Weg finden, wie wir da was reinflutziert bekommen. Oh, das ist nicht so gut. Dann ist die Wache. Hm. Hm. So. Oh. Nein! Das musste doch jetzt nicht sein. Shit. Wir waren aber auf dem richtigen Weg, glaube ich. Huch. Hier runter. Hm. Hm. Dann hat er nicht. Da läuft das Zeug raus. Die schlechte für uns. So. Hat er da irgendwas bewacht? Zumindest diese Truhe hier. So ein Kärtchen. Da ist ein Stück abgebrochen. Wie kriegen wir das da rein? Ist die Frage, ne? Jetzt warten. Hm. So geil ist, die mich heransaugen und ich sie dann platt mache, oder? Okay. Da geht aber auch ein Kabel irgendwie rein. Lass mal gucken, ob wir das irgendwo finden. Ja, guck mal, das ist toll. Okay. Lass uns den auch mal Strom aktivieren. Komm rein. Gut. Das ist jetzt an, ne? Geh ich jetzt von Maus einfach mal. Genau. Es fehlt eigentlich nur das Ding rechts außen, ne? So gucken wir, ob wir das noch hinkriegen. Ich lauf mal hier längs. Ob wir da irgendwo hinkommen. Also irgendwo was wichtiges hin. Ne, aber wir können eine Abkürzung machen. Das ist schon mal gut. Den nutzen wir auch. Perfekt. So. Hier läuft auch Strom durch jetzt. Fühlt uns super. Jetzt müssen wir hier oben irgendwie... Es fehlt ja eigentlich da noch Strom. Wie kommen wir da denn hin? Den Strom haben wir... Ah, warte. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Achso. Hat er mich eingefroren? Guck mal, da ist auch noch so ein Haken. Hier hingehen und dann... Perfekt. Gut, dann kriegen wir jetzt auch den Stromkreis hier zum Laufen, glaub ich. Oh, schlaß'n Digga. Der war jetzt nicht so schwer. Hat er jetzt schwerer vermutet? Aber egal. Oh, warte. Hier, die Brücke lassen wir auch schon mal runter? Weiß ich, bin ich auch irgendwas für irgendwas Witzes? Ich muss noch diese Kiste jetzt bekommen. Mann, Mann, Mann. Äh, das sieht auch schon wieder aus wie so ein kleines Geheimding. Aber bringt mir nichts. Oder hier längs? Oder hier längs? Kann ich aber wieder zurücklaufen? Okay, wir wollen noch gar nicht. Ich wollte mich hier längs gerade. Dann gehen wir hier außen rum. Dann müssen wir wieder hochkommen. Das ist die Frage der Vini, ne? Ah, da ist die Trelleiterung. Oh, Alter. Ist aber auch ein bisschen träge ab und zu. Ach so, ja, okay. Die symmetrische Sicht, die kann ja auch ein bisschen kehrer machen hier. Warte. Ist hier noch irgendwas runter rum? Da kann man auch nicht hin. Da ist ein guter Turm. So, jetzt haben wir aus allen Bereichen Strom hingeschickt dort. Beziehungsweise diese magische Energie, was das ist. So, jetzt können wir hier gucken. Jetzt sehen wir, alles überall kommt Strom an. Und das Gute daran ist ja, das ist ja von unserer Karte, ne? Pass auf. Da. Da steht es drin. Alle müssen Strom liefern zu dem Ding da in der Mitte. Wie man sieht. Ich glaube, das haben wir jetzt geschafft, oder? Oh. An, ey. Fiese Falle gewesen, Leute. Ich hoffe, das war es jetzt auch. Ich weiß es gar nicht. So. Alle leuchten. Und jetzt. Und jetzt. Keine Ahnung. Sollen wir davor beten vielleicht? Testen wir mal. Tatsächlich. Huh. Ein Portal. Wieder mal ein Portal. Okay. Ein finster Berg. Den nehmen wir mal. Okay. Ah, guck mal hier. Leider. Äh. Ich komm von da. Ah, ich komm hier raus. Ach, okay. Eine alte Bibliothek hier. Eine große Bibliothek. Entschuldigung, keine alte, eine große. Ah, da können wir. Äh, ne. Der sieht ein bisschen finster aus. Ich dachte, das wäre ein Speicherpunkt. Aber ist das gar nicht. Wollen wir da hochgehen? Das ist doch so ein Ding. Ach, so ein Heldending. Können wir immer noch nicht hin, oder? Warte mal. Da können wir ja uns hinbiegen irgendwo, ne? Aber ich glaub nicht, dass wir da groß was machen können. Ne, die Brücken sind da. Obwohl, kann ich von hier nicht hinbekommen? Hier mit meinem... Greifer? Ne, kann ich nicht. Okay. Das wäre cool, wenn ich die Teile greifen könnte. Aber das geht anscheinend nicht. Okay. Wir müssen mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall einen Speicherpunkt. Ich hab ja gar kein Leben mehr. Ich glaub ich hab auch nichts mehr dabei, was ich als Leben benutzen könnte. Ne. Also das ist wirklich nur noch... ...das ich. Ich hab immer Angst, dass gleich ein Gegner da auftaucht. Das sieht aber cool aus hier. Ja. Okay, es geht nur da hoch. Es geht nur da hoch. Es geht nur da hoch. Achso, ich kann da die... ...Dingse schon hoch, ne? Ja, okay. Ah, der da. Okay. Die Kathedrale. Steinbruch, Westgarten. Zerstört ist ja toll. Ostgewölbe, Stadtruinen. Okay. Die Türen in den Bergen. Okay. Das sind die verschiedenen Symbole, glaub ich, die auf diesen Sachen drauf waren. Da außen ist so ein Ding, was wir benutzen können. Lass mal anstellen. Ja, da ist ein Speicherpunkt da hinten. Da haben wir mal Strom angemacht. Aber hier ist irgendwas noch nicht ganz richtig. Ich muss gleich mal gucken. Aber ich speichere erstmal. Bevor wir hier irgendwas anderes machen. Denn Leben ist wichtig und außerdem habe ich keinen Bock woanders anzufangen. Und wir haben, glaub ich, hier unten noch so ein... Das können wir auch benutzen. Verteidigung. Ja. Sauber auf vier. Und? Was soll ich noch kaufen? Okay. Lebenspunkte höher. Das ist ja immer was Feines, oder? Auf fünf. Moment. Besser geht's nicht. Geht bestimmt besser, aber... Moment. Alter, das ist jetzt froh. Punkte. Punkte. Noch mehr. Cool. Die leuchten aber nicht alle, wie man sieht, ne? Seht ihr das? Es fehlen doch ein, zwei. Weiter. Warte mal. Da ist uns noch eine Schriftrolle. Die sollen wir ja nochmal kaputt machen. So was lesen können. Der Steinbruch. Kloster. Hohlraum. Der verwurzelte Zerkurat. Waffe. Niedrige Giftwaffe. Nöcherer, Flatterer, verlorenes Echo. Der Sumpf. Der war hier aber nicht. Okay. Wir gehen mal hier hoch. Hier hoch. Komm schon. Oh ne, warte mal. So. Dann will ich lieber noch was anderes rausprobieren. Wenn wir schon mal hier sind. Und zwar das hier. Wo wir da genau landen. Ah, das ist der Transport. Das kann ich nur weg transportieren. Naja, okay. Aber den haben wir jetzt jedenfalls freigeschaltet. Ist schon mal gut. Direkt zurück gehen. Wollte ich mal testen. Kann man ja mal machen, ne? So. Und runter. Dann gehen wir jetzt doch hier ganz hoch. Bis nach oben. Ich hoffe wir sind auf dem richtigen Weg hier. Der süße kleine Fuchs. Ah, hier. Da steht auch einer mit einem Lichtschwert. Der scheint auch freundlich gesinnt. Okay. Oh. Alter. Oh. Nein. Oh. 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 Doch nicht so mutig, was? Affe. Ah und du hast den grünen Stern. Der Stein. Ist kein schwerer Gegner, ne? Da ist man auch schon schwierige Sachen gewöhnt. und natürlich konnte man gut die Sachen nutzen, aber das war es. Mir passiert ja oben nicht. Der liegt einfach nur tot da. Wir gehen einfach wieder runter. So ist das. Kann ich alles haben. Easy peasy, würde ich sagen. Gut, wir gehen mal schnell hier oben speichern. Und für euch war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Tschüss.